Die slowenischen Streitkräfte unterstehen dem Verteidigungsministerium Sloweniens. Die für den Schutz der 46 Kilometer langen Adria-Küste zuständige Marine und die Luftstreitkräfte sind keine selbstständigen Teilstreitkräfte. Geschichte Beim Zehn-Tage-Krieg in Slowenien standen 1991 etwa 30.000 bis 35.200 Mann der jugoslawischen Volksarmee rund 26.000 bis 30.000 gegenüber. Diese wurden vom neuen Staat Slowenien vor allen Dingen aus Verbänden der früheren jugoslawischen Territorialverteidigung Sloweniens und der Polizei rekrutiert. 30% der Gesamtstärke der RVI-PVO und in einigen Einheiten bis zu 76% der Piloten waren slowenischer Abstammung. Etwa 200 Mann der RVI-PVO entschieden sich dazu, noch vor dem Ende des Konflikts die Seite zu wechseln. Die Territorialverteidigung konnte erfolgreich die jugoslawische Bundesarmee abwehren und wurde die Keimzelle der 1993 gegründeten slowenischen Armee. Seit 1994 nahm das Land am NATO-Programm Partnerschaft für den Frieden teil. Seit 2004 ist Slowenien-NATO-Mitglied. In einer Volksabstimmung im März 2003 stimmten 63% der Wähler für den Beitritt. Die Verteidigungsstärke soll von 47.000 Mann im Jahre 2001 auf 14.000 bis zum Jahr 2010 reduziert werden. Nur in Kriegszeiten wird der militärische Rang eines Generals vergeben. Der derzeitige Stabschef André Jostermann trägt aktuell den Rang eines Generalmajors. Hierarchie Dem Generalstab unterstehen unmittelbar das Streitkräftekommando, die Garde-Einheit und die Rekrutierungsabteilung. Dem Streitkräftekommando unterstehen das Doktrinen-Entwicklungs- und Ausbildungskommando, das Aufklärungs- und Nachrichtenbataillon und die Spezialeinheit Special Nersile. Es führt die Brigaden des Heeres, die Luftstreitkräfte und die Seekomponente direkt. Ausrüstung Leichte Bewaffnung 9mm Beretta 92FS Selbstladepistole 5,56mm FN F2000 Sturmgewehr 40mm FN LG1 Granatwerfer 5,56mm FN Minimi Maschinengewehr 7,62mm PGM Ultima Ratio Scharfschützengewehr 8,6mm PGM Precision 338 Scharfschützengewehr 12,7mm PGM Hecke 2 Scharfschützengewehr 7,62mm FN Magmaschinengewehr 12,7mm FN M2 HB QC B Machine Gun 40mm Heckler und Koch GMW Automatischer Granatwerfer RPO 90mm DND RGW 90 Der RGW 90 ist ein tragbarer rückstoßfreier Raketenwerfer, eine Einweg-Antipanzer-Mehrzweckwaffe von der Schulter abgefeuert. PORS Spike MRLR Das Spikesystem ist ein autonom, tragbarer elektro-optischer, dritte Generation Antitank-Lenkflugkörper mit automatischem Tracking-System. Landfahrzeuge 54 M84 Kampfpanzer, 52 M80er Schützenpanzer, 85 Valuk 6 Pro 6 Schützenpanzer, LKO V4 Pro 4 Hummer, Schiffe 1 Super D4 AMK 2 Patrouillenboot, 1 Triglav Patrouillenboot, Luftfahrzeuge. Die slowenischen Luftstreitkräfte verfügen über keine Kampfflugzeuge, aber über verschiedene Trainings- und Transportmaschinen. Pilatus PC-9, Pilatus PC-6 Turboporter, L410 Turpolette. Außerdem werden Hubschrauber folgender Typen eingesetzt. Bell 206 Jet Ranger, Bell 412, Eurocopter AS-532HL Cougar. Siehe auch, Liste des Frauenanteils im Militär.